Es gibt Schiedsrichter, die das nicht pfeifen, aber Ballack macht das Tor. Nur noch 2 zu 1. Riesenmöglichkeit für Ballack. Tor. Ziegler geht rein und drin ist er. Drin ist er. Riener bekommt den Ball nicht weg. Schneider, klasse Flanke, Tor für Deutschland. Ballack völlig frei, sein zweites Tor, 4-0. Höhung gemacht, angenommen und weitergeleitet von Schneider, Ziege. Ballack. Es ist der Halftime. Ziegler. Es ist Ballack. Es ist der Ball! Michael Ballack gibt es zu. Good pullback. Ballack ist coming in. Foiled, aber nicht in der 2. Und Michael Ballack. Er hat gelegt, hätte er aber, wenn er dazwischen geht. Da gibt es Strafstoß. Ballack. Ausreich. Schneider. Ballack. Ja! Ein linker trockener Schuss. Fans expecting a blowout. The Germans did get off to a dream start. Second minute. Michael Ballack scores on the penalty. 1-0 Germany. Look at the incident. Michael Ballack will step up and beat Douglas. And Scotland found themselves down 2-0 after 50. Bobic. Ballack. Ballack. Goal. Tor. Germany turn out the lights in the 81st. Oliver Neufeld with another set piece. Michael Ballack finds space for the header, and he scores to make it 3-0. Ballack. Ballack. Da ist es. Überfällig. Ballack. Namen. Und wieder Ballack. Ja! Paul Freyer. Ja! Michael Ballack. Jens Jeremis. Ballack. Super! Super! Schneider. Schweinsteiger. Ballack! That's the best! Oh, Michael Ballack! It's a brilliant goal! Asanova. Ballack. Links geht Schweinsteiger. Ballack. Ballack! Und da ist die deutsche Führung. Und da ist die deutsche Führung. Und das Ganze findet direkt vor der Tribüne der Nordirischen Fans statt. Und da steht 3-1. Not this time. Ballack's on target. Ballack. From the spot, it's Ballack. And it's Ballack straight down the middle. 1-0 Germany. Goal in the 74th. Ballack's second penalty kick goal. He scored one versus the Aussies. If he felt the foul was against Rucker Jr., he'd have gone and the penalty incident's been given. This is one. And Germany for the second time level. Proof as well. There are options. It's Ballack! It's the perfectly executed free kick. Ballack! 75th. Then four minutes later, the keys are inserted into the bus. Michael Ballack left alone in the center of the box. And that'll kill you every time. Beats Keller with the header. And as Carlos... Philipp Lahm. Ballack! Er hat's gett! The sick Lehmann and the injured Schneider and Podolski gegen dann doch nach einer Viertelstunde in Führung. Michael Ballack was in seinem 75-Stand. Touched. Set. Shot. Goal! Ballack has given Germany the lead! Ballack with the lead. Oh, oh! 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 And that's good enough. 20 minutes later, Bastion Schweinsteiger to the back stick. And Ballack gets there. 2-0 Germany. A terrific start. Schweinsteiger. Ballack direct abnahme! Ein wunderschönes Tor! Ein Herrsen. Had a wonderful game, but against Flickenstein, you would imagine it. We'll see how he does here today against the Welshmen. Michael Ballack smashes the laser! Goal!